Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Montagstour hier im Eurotruck Simulator 2. Ja, ihr seht's, ich hab mir das Spezialtransport DLC für den Eurotruck Simulator 2 gekauft. Und da vorne sperren auch schon die ganzen Leute für uns ab. Und wir transportieren hier gerade einen Industriekondensator 60 Tonnen mit den Abmessungen 12x5,4x4,6 Meter. Ja, der Auftrag bringt uns 27.000 Euro ein. Und wir müssen 6 Stunden fahren, das heißt, ich werd das nicht in einer Montagstour machen. Deswegen muss ich jetzt nochmal kurz meinen Timer anmachen. Ich hatte gerade schon mal eine Folge aufgenommen, da gab's Probleme mit dem Bild. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, ob das in der Folge hier klappt. Ich hoffe es natürlich. Und ich würd sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. So. Also, Gang rein. Licht an. Ist das das erste Mal, dass ich jetzt hier mit fahre, so quasi. Ich glaub, der LKW könnte ein bisschen zu leise sein. Ich weiß es nicht, aber ich hätt eben gerade, wie gesagt, eine Testaufnahme gemacht und da war er zu laut. So, ja. Hier haben wir auch schon die erste Kurve vom Vilni-Transport. Fangen wir hier los. Ja, ich blieb natürlich erstmal in die falsche Richtung. So. Okay. Gehen wir mal in die Innenperspektive. Wie gesagt, ist es auch für mich das erste Mal, dass ich hier fahre. Okay, ja. Ich würd sagen, die Folge machen wir so ungefähr 15, 16 Minuten lang. Ähm. Wie gesagt, ich will das auch nicht so jetzt so dringend, also, wie sagt man, ich will das jetzt auch nicht so, ähm, so schnell fahren. Ich will jetzt mal, die erste Fahrt will ich wenigstens genießen, danach können wir mal gucken, oder die ersten Fahrten können wir mal genießen und dann, äh, können wir mal gucken, ob wir eventuell auch schon bald irgendwelche Mods zu haben. Da bin ich schon sehr gespannt. Und, äh, ich bin auch immer wieder dankbar an die Community von dem Euro Truck Simulator 2 für die Leute, die uns hier Mods erstellen. Ich mein, man darf ja nicht vergessen, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal einen Mod gemacht habt, aber es ist wirklich schon relativ viel Arbeit. So, aber es scheint relativ gut zu laufen gerade, ne? Ich hab natürlich jetzt auch einen relativ starken, ähm, relativ starken LKW hier. Mit einem Lenkrad natürlich, darf man auch nicht vergessen. Aber es läuft gerade ganz gut. Warum machen die dann Selfie? Naja, muss ich nicht verstehen, oder? So, und hier sind auch ganz viele Sachen, die machen auch ein Selfie, mit, ähm, Polizei, dass die zum Beispiel den Kreisel absperrt. Mit unserem Begleitfahrzeug hier. Moment mal, das will ich jetzt mal gucken. Normalerweise muss man die eigentlich so abhängen, diese Kabel, oder höher machen. Ups, sah mein Fehler. Oh, da kommt die Straßenbahn. Fahr. Oh, 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 oh. Ach, aber die wartet, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich hoffe nicht, dass es zu leise ist für euch. Ich muss dann nochmal in der Folge hier gucken. Äh, aber es dürfte eigentlich nicht zu laut sein, und so dürftet ihr eigentlich auch was hören. Weil es ist schon ziemlich laut. Es ist schon geil, wie er, wie die hier die ganzen LKWs aufhalten. Das ist schon, schon nicht schlecht. So, wir müssen mal lang. Okay. Komisch, dass wir am Tag fahren. Normalerweise fährt man ja nur nachts mit Spezialtransporten. So, das ist das Begleitfahrzeug. Boah, das ist schon, ist schon geil. Ich hatte mir jetzt erst überlegt, ob ich mir das überhaupt kaufen will. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so einen riesen Unterschied machte zu dem Schwerlasttransport, äh, Zeug. Aber mit den Begleitfahrzeugen, das ist schon eine Spur interessanter, sagen wir mal. Da gibt es sicherlich dann auch bald einen Mod zu, dass es andere Fahrzeuge sind. Da bin ich auch mal gespannt dann. So, und was haben wir hier eigentlich im LKW für Anzeigen? Ist das der LKW, den wir schon mal hatten? Tempomat werde ich wohl eher weniger brauchen. Denke ich mal. War schon wieder falsch. Hier sehen wir den Druck, die Temperatur. Den Benzinstand. Oh, das ist auch geil. Eieiei, das ist auch geil mit den Fahrzeugen, die so ein Pfeil drauf haben. So, hier geht es zum Airport. Okay. Aufliegerschaden? Warum? Ah, weil wir so ein Schild, glaube ich, angefahren haben, ne? Ach, guck mal, wir haben so eine Rundumleuchte. Ah ja, stimmt. So, hier dürfen wir ja wohl mal rüberfahren. So. Tja, schon interessant, zu was sich der Euro Truck-Sylinder momentan entwickelt hier, ne? Immer mehr Schwertransporte und so. Ich bin mal echt mal gespannt, was da noch alles kommen soll. Und da hebt gerade ein Flugzeug ab. Sehr schön. Da stehen noch ein paar. Auch krass, dass es mit dem Verkehr hier so funktioniert, dass er einfach stehen bleibt und so. Schon echt schick. So, jetzt wieder das Lenkrad, was hier ein bisschen Lärm macht. Ich habe mein Mikrofon jetzt auch mal umgestellt. Ich hoffe, ich bin immer noch genauso laut. Weil das ging mit meinem Lenkrad nicht mehr, weil ich meinen Schreibtisch umgestellt hatte. Und deswegen musste ich das Mikrofon woanders hin machen. Und dann konnte ich dabei aber eigentlich nicht mehr lenken, weil ich dann immer dagegen gekommen wäre. Das wäre natürlich nicht so geil gewesen. Und jetzt habe ich das nochmal umgestellt. Und jetzt funktioniert das ein bisschen besser. Kann man so sagen. Also ich hoffe, es gibt jetzt nicht so Sachen wie, dass ich immer gegen das Mikrofon haue und so. Und ich hoffe auch zusätzlich, dass die Aufnahme lagfrei ist. Ich hatte nämlich auch Probleme letztens mal mit beim Aufnehmen, dass es geleckt hatte in der Aufnahme, aber im Spiel nicht. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich habe hier konstante 60 FPS gerade drin hier in der Innenkabine. Da muss ich ja sagen, hat sich anscheinend auch irgendwie was verbessert. Weil da hatte ich ja letztens auch mal, oder was heißt letztens, vor mehreren Montagstouren auch mal Probleme. So. Okay. Was auch geil wäre, wenn man jetzt mit dem Mikrofon zu dem Typen vor uns irgendwas sagen könnte. Das wäre auch geil. Oder wenn der uns irgendwas sagt. Das wäre auch nicht schlecht. So, ich würde aber einmal kurz... Wild, genau. Ich würde hier noch einmal ganz kurz die Musik anmachen. Achso. Okay, hier sollen wir einmal abbiegen. So. Okay. Na, warum fährt der denn vor uns so langsam, ey? Ich habe mich vorher auch noch nicht informiert oder sowas. Das heißt, ich mache das hier alles komplett so. Und da winkt er auch schön. Okay. Das ist schon interessant, was die hier so am Straßenrand gebaut haben. Dass die Leute da mit dem Selfie-Stick Fotos machen und so weiter. Oh, der kommt aber weit rüber. Oha. Ich mache mal den Tempomaten bei 60 rein. Was sind da alles noch für Zeichen gekommen jetzt? Tempomat und irgendwas anderes. Schorts Radio hören wir gerade. Okay. FM 91,9. Wäre mal interessant, ob es das wirklich gibt, ne? Das wäre echt mal interessant. Schöne Landfahrt hier. Da stehen auch welche am Rand, da vorne. Was machen die denn da? Um die Tür auf sogar. Die haben da so Pylone drin, okay. Okay. So, erfolgreich um die Kurve, würde ich mal sagen. Da geht es bestimmt auch irgendwann mal extrem richtig lange Frachten so. Wobei, das stelle ich mir auch schwierig vor mit dem, ähm, also zu modden mit dem Kollegen hinter uns. Mit dem Begleitfahrzeug, weil ich weiß nicht genau, woher der den Abstand bezieht. Ob er es vom Ende des Anhängers bezieht oder ob er es vom Ende des, ähm, der Zugmaschine bezieht. Weil das wäre natürlich doof, wenn er die ganze Zeit richtig knapp am Anhänger ist bei euch und dann bremst, kann er nicht schnell genug bremsen. Ja, und dann ist er hinten drauf. Wir haben schon jetzt zwei Prozent bekommen. Ich weiß nicht warum. Also ein Prozent, also insgesamt haben wir jetzt zwei. Ich weiß nicht warum. So, Lenkrad rastet auch wieder aus. Aber das haben wir auch geregelt. Ne, das war falsch. Äh, so. Ja, Zusatzspiegel, ich weiß noch genau, wo ich in irgendeiner Montags-Tour mal so ein, zwei Challenges gemacht habe und wo ich dann ohne Zusatzspiegel gefahren bin. Und ich das total schwierig fand und mittlerweile ist es echt zur Gewohnheit geworden, dass wir ohne Navi, ohne Spiegel und so fahren, ne. Das finde ich schon nicht verkehrt. Ich meine, so macht es mir auch persönlich mehr Spaß, wenn ich ehrlich sein soll. Ist natürlich vielleicht nicht so toll zum Zugucken. Ja, wobei, einen Unterschied macht es eigentlich nicht. Also, wenn ich Eurotalk-Simulator-Videos gucke, gucke ich eigentlich kaum in den Spiegel. Sondern gucke eher so zu oder, äh, also gucke eher so beim Fahren zu. Also, raus. Oder, äh, höre einfach nur zu. Äh, ich gucke auch viele YouTube-Videos einfach nur so, um zuzuhören. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ob ihr YouTube-Videos immer guckt, also hinguckt auf das Handy auf dem Computer oder sowas. Oder ob ihr jetzt manchmal auch einfach nur neben euch legt und, ähm, zuhört. Also, ich rede jetzt nicht vom Podcast. Ich rede auch von so Videos, äh, wie ich gerade mache. Also, Gaming-Videos. Weil oft, äh, sind da auch interessante Themen bei. Ah, guck mal, eine leere Zugmaschine. Die sind auch neu, glaube ich. Also, ich hab die vorher auf jeden Fall noch nicht beachtet. So, wo hab ich jetzt den Schaden schon daherbekommen? Schalten wir mal zurück. Ich versuche jetzt auch ein bisschen ordentlich mit meiner Kupplung zu fahren. Wow, war das knapp zu fahren. Ich versuche auch mal zur nächsten Folgeinformationen zu diesem Teil hier rauszusuchen, was wir hier hinten drauf haben. Dann können wir da vielleicht ein bisschen drüber reden. Na, hier kann ich ja gerade richtig Speed aufbauen. Aber warum ist die Musik schon wieder aus? Hm, komisch. Aber jetzt fahren wir hier in schönen Sonnenuntergang mit unserem Begleitfahrzeug vor uns. Und ich muss sagen, ich glaube, das DLC hat jetzt, ähm, 4 Euro, für 4,20 Euro hab ich das bekommen, genau. Weil, ich hab das in so einem Pack gekauft und da sind, ähm, Heavy Cargo, diese anderen Cargo, diese Big Cargo, wo das Schiff und so bei ist, und das hier, war drin. Und, ähm, da ich die anderen beiden schon hab, hab ich das hier jetzt in dem Pack gekauft für 4,20 Euro auf Steam. Man kriegt's auch für 4,99 Euro, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt natürlich. Ähm, das kauft man dann so einzeln. Also, man greift, also man sucht das im Shop und geht dann auf die Seite vom DLC rauf. Und man kriegt's auch für, ich hatte irgendwie noch was für 8 Euro gefunden, aber da weiß ich gerade nicht mehr, wo das war. Weil, es war für mich natürlich keine Option. So, wir müssen mal ein bisschen ausschwenken. Ah. So, hier halten wir mal an. Da machen wir hier folgenden Schluss. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Begleitfahrzeug. Was? Die Route wurde verla... Ja, gut. Dann wissen wir das auch schon mal. Wo ist denn der letzte Speicherpunkt jetzt gewesen? Will er noch länger laden und Blackscreen machen, oder was? Hallo? Kommt auch noch mal was? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, äh, ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen hier einen Schwerlasttransport. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan. Jetzt ist alles kaputt, geht noch nicht mal die Aufnahme aus. Meine Herren. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiterreden, bis die Aufnahme ausgeht. Ah, okay. Ah, jetzt? Okay, und wenn ich...